Hallo, hier Jagdgeschwader 26. Hallo mein Freund, Adolf Galland spricht. Ah, hallo Dolpho, schön von dir zu hören. Wie geht's dir? Es geht mir gut, danke sehr. Hör zu, ich befinde mich momentan in Absehe. Warum springst du nicht herein, damit wir die Taktiken besprechen können? Es gibt kalten Champagner und Schrimps. Gerne, das klingt super. Es ist schon fast dunkel und ich habe morgen Bereitschaft. Keine Sorge, du kannst hier schlafen und bist bei Tagesanbruch wieder zurück. Gut, das ist abgemacht. Wir sehen uns. 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 Willkommen mein Freund. Schön dich hier zu haben. Hast du diesen Bomber erwischt? Ach du willst mir alles darüber erzählen. Komm her. Der Champagner ist eiskalt.